Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Herbst Highlight für die Jungfrau. Highlight bedeutet natürlich, dass es hier um etwas ganz besonders Gutes, Positives geht und Herbst steht für September, Oktober, November. Okay, hier geht es um etwas, was viele Leute betrifft. Da bin ich wirklich mal gespannt, was die Lennemann-Karten dazu noch zu sagen haben. Ich verwende die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe sie im Vorfeld schon ausgiebig gemischt. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. An der Unterseite vom Deck liegen die Sterne. Und darum geht es in diesem Reading. Die Sterne stehen für Klarheit und für Erfüllung und auch dafür, dass man hier diesen Stern sieht. Also man sieht wieder sein Ziel vor Augen. In der Mitte vom Reading liegt der Anker. Das ist auch ein ganz wichtiger Platz. Der Anker steht zum einen für die Arbeit. Für andere von euch geht es hier um etwas sehr Wichtiges, wo ihr euch verwurzelt fühlt, was eure Lebensgrundlage bildet. Wir haben hier die Fabrik und das zeigt mir auch schon wieder, dass es hier um wirtschaftliche Aspekte geht. Für die einen von euch ist es der Arbeitsplatz. Für andere geht es hier um einen größeren Konzern. Und für wieder andere geht es um Investitionen. Es kann auch um die Rente gehen. Also, ich weiß nicht, was für dich hier finanziell wichtig ist. Vielleicht sind es ja Geldanlagen oder Sonstiges. Schau bitte bei dir. Es ist ein Allgemeinreading. Ja, hier liegt etwas im Verborgenen bezüglich von diesem Fabrikthema und dem Anker. Also, zum Beispiel, wenn es bei dir ums Thema Arbeit geht, kann das sein, dass bei deinem Arbeitgeber mit deiner Arbeit es einfach unklar ist, wie es weitergeht. Und das betrifft dann auch viele Leute, alle, die dort arbeiten. Wäre eine Option, das muss bei dir nicht so zutreffen. Es ist als Beispiel gemeint. Ebenso könnte es um finanzielle Dinge gehen, wo man nicht weiß, wo es noch im Verborgenen liegt, wie es da weitergeht. Hier liegen die Routen und die Routen zeigen mir an, dass diese Angelegenheit, die ich jetzt gerade angesprochen habe, für dich ein Konflikt darstellt. Mit dem Bären hier geht es darum, dass man eine kompetente Person braucht, die hier weiterhilft. Und die Person, die jetzt zum Beispiel dein Chef ist, da gibt es ein Konflikt für dich, weil hier einfach nicht mit offenen Karten gespielt wird. Ja, da wird etwas geheim gehalten. Es geht jetzt darum, dass du hier dir Wissen aneignest. Es ist auch möglich, dass es in einer Sitzung dann dieses Wissen verkündet wird. Du solltest aber wirklich ganz genau hinschauen, um was es da geht. Was hier im Dunkeln liegt, ist der Baum. Im Dunkeln liegt, heißt, du kannst es noch nicht einsehen. Das ist völlig verborgen für dich. Und hier sehe ich den Wachstum und die Verwurzelung. Also das, worum es schlussendlich hier geht, das entwickelt sich sehr, sehr gut. Also das könnte zum Beispiel die finanzielle Lage von deinem Arbeitgeber sein, von der Firma, für die du arbeitest. Beziehungsweise bei anderen Leuten die Geldanlage, dass sich da etwas gut entwickelt, aber man weiß es noch nicht. Es liegt noch da als Geheimnis. Wie geht es denn dann weiter? Da haben wir den Sarg und die Engelsflügel. Mit dem Sarg kommt immer etwas zum Ende, manchmal auch zum Stillstand. Und ja, das ist hier begünstigt durch die Engelsflügel. Die Engelsflügel sorgen immer dafür, dass sich Dinge gut entwickeln. Sie führen dich. Ja, es kommt zu günstigen Zufällen. Und die Engelsflügel schauen in die Richtung der Fabrik. Das heißt, es wird günstig in diesem Bereich. Also sei es nun dein Arbeitgeber, seien es Investitionen von dir, die sich positiv entwickeln. Vielleicht gibt es auch neue Chancen für neue Investitionen, die sich dann sehr gut entwickeln. Also schau bitte bei dir, seh das nicht zu eng. Ich mache hier keine Finanzberatung. Also was hier an Aktien oder sonst was gut für dich läuft oder so. Das darfst du dann selbst rausfinden. Nur, dass du dafür offen bist, dass du dafür offen bist, dass es vielleicht auch nicht das Alte ist, sondern vielleicht etwas Neues kommen könnte, was dir diese Sicherheit bietet. Wenn du dich denn damit beschäftigst und die Themen genau ergründest. Ja, der Sarg. Die meisten haben erstmal Panik, wenn der Sarg liegt, weil sie gleich an Tod denken. Hier geht es aber wirklich um ein Ende von einer Situation. Ein Ende, was mit den Engelsflügeln auch sehr positiv ist. Es ist geführt, dass hier etwas zum Ende kommt. Das Ergebnis sind die Mäuse. Die Mäuse sind ja diese kleinen Unruhestifter. Die sorgen immer für Verzögerungen. Also vermutlich musstest du hier lange warten und das war auch ein Konflikt für dich, diese Anspannung, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Hier sehe ich mit den Mäusen, die ja auch für Ängste stehen, die auch für Verlust stehen, auch für finanzielle Verluste oder für Arbeitsverluste. Also hier geht es ja um den Verlust von Sicherheit, vom Arbeitsplatz, von Finanzen. Also diese Mäuse, und das ist das Geniale, die laufen raus aus dem Reading. Also diese Sorgen, diese Unruhe, die zu diesem Konflikt geführt hat, das läuft raus. Wenn du dich denn damit beschäftigst und auch dieses Geheimnis ergründest. Also es ist ja bei den Readings immer so, dass du auch deinen Teil dazu tun musst. Zumindest, wenn es eben Aktion von dir erfordert. Manchmal kommen die Dinge auch von selbst, aber in der Regel ist es eben so, dass du deinen Beitrag dazu leisten darfst. Also der eine Rat der Karten ist ja schon mal mit dem Buch hier, dass du dich damit beschäftigst, dass du dir Wissen aneignest. Jetzt hätte ich noch gerne einen zusätzlichen Rat hier von den Lennemont-Karten. Was gibt es da noch für ein Rat für dich? Der Brief und der Schlüssel. Also hier haben wir mit dem Brief die Kommunikation und mit dem Schlüssel geht es um neue Möglichkeiten. Das heißt, es kann für dich jetzt durchaus so sein, wenn du Probleme mit deinem bisherigen Arbeitgeber hast, dass sich etwas, eine neue Möglichkeit für dich ergibt. Auf jeden Fall ist es wichtig zu kommunizieren. So, dann schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für einen Rat? Was gibt es hier noch für einen Rat? Also das ist einfach wichtig, um hier wirklich ein positives Ende zu bekommen. Überprüfe deine Motivation, bevor du handelst. Ja, was willst du? Hier geht es ja auch um die Zielklarheit mit den Sternen. Du möchtest die Erfüllung. Es geht aber auch um die Klarheit. Die Klarheit bekommst du, indem du dich damit beschäftigst, eventuell auch Neues lernst. Und die Zielklarheit, dafür ist es natürlich notwendig, dass du deine Motivation überprüfst, warum du das überhaupt möchtest, was du überhaupt genau möchtest. Ihr Lieben, falls euch das Reading gefallen hat, lasst mir gern ein Like da, gerne auch ein Abo und natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar. Ich wünsche euch alles Gute. Macht das Beste aus dieser Situation. Du bist von den Engelsflügeln geführt. Also trau dich, hier wirklich aktiv zu werden. Den Rat zu beherzigen, dich damit zu beschäftigen und auch in die Kommunikation zu gehen. Alles Gute. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute.